Hey Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead, Mishon im Gespräch mit Norma. Wir haben uns gerade erst kängeln, denn ich gehöre nicht zu Sam. Ein paar Monate. Ja, wir waren in der Gegend. Unser Boot ist aufgrundgelaufen. Wir waren in der Gegend mit einem Funksignal. Was willst du mir sagen? Wir waren in der Region, sahen die Ferry. Das ist, was passiert. Klar klingt das unwahrscheinlich, aber es ist halt so. Ich sage dir gar nichts, es gibt nur uns. Wir sind nicht die einzigen. Wir drohen, ich freue mich, dass du das gepostet sein wirst. Ich habe dir gesagt, was ich weiß. Ich sage dir, was ich weiß. Ich habe eine schwierige Zeit, zu glauben. Schau, ich will nicht, dass ich meine Temperatur mit dir verlieren. Von deinem Seite sehe ich sicher, dass das schlecht aussieht. Ich verstehe das. Aber es gibt mehr dazu, als du denkst. Wir wissen ja gar nichts über die. Nicht einmal annähernd, tut mir nichts genau, was dich betrifft, hatte sie recht. Sie ist nur ein Kind, nicht mein Problem. Das stimmt wohl. Was ist mit den Menschen auf der Fähre? Zwei Chancen sind wirklich viel. Wir haben Rashid und Vanessa eine zweite Chance bekommen. Ja, ja, klar. Ich bringe die Leute in, sehen, dass sie verabschiedet, verabschiedet sind, nachher nachher. Merkt man. Was ist das, was du von ihnen nimmst? Das Salvage? Wir brauchen die gleichen Dinge, wie jeder macht. Wir holen unsere Ressourcen, wir leben. Ich sage dir nichts, was du nicht wissen. Welcher Rest? Das war alles. Wahrscheinlich auf der Fähre. Was hat sie jetzt vor? Hier ist das, was das funktioniert. Ich weiß, dass er nicht mit mir geht. Seine Ahnung hat er sich nicht mit mir geht. Seine Ahnung hat er sich in die ganzen Geschichte verabschieden. Also wird du die Fragen fragen. Let go von mir! Ich glaube, dass das eine Schmerz in der Fähre läuft in der Familie. Was soll anderes nennen? Oh, so'n Schwachsinn. Ja, klar. Warum erzählt er so'ne Scheiße? Michonne, the one about your people, you remember, don't you? Ask him yourself. How many of you are there? There are, there's, there's more of us. Lots more. Well armed too. Well, that's disappointing. She said it was just you four. Randall, come on! Nimm die Waffe runter, es ist nicht nötig. Zieh auf mich. Ich hätte lieber gesagt, dass sie nochmal fragt. Vielleicht wäre das etwas, ähm... Er lügt, du kannst mich mal. Ich habe gelogen. An der Stelle müssen wir ja lügen. Man muss ja lügen, damit sie das hören, was sie hören wollen. Das ist nicht funktionierend. Du kannst nicht das, was sie wollen. Was würdest du dir sagen? Ein Pati auf der Hände und ein Lollipop? Er hat ein Punkt, Randall. Du hast es zu weit entfernt. Wie immer du. Menschen brauchen eine firm Hand. Du kannst ihn nicht in line werden, weil sie so leichter sind. Jetzt, so leichter sind nicht das gleiche als so leichter, Randall. Wir werden nicht das, was wir brauchen, dein Weg. Zachary und ich werden das herausfinden. Dass du ein Lügner bist. Hätt's mal die Wahrheit gesagt. Bleib stark, Rack. Gib ihnen einfach, was sie wollen. Sie werden uns umbringen. Ich werde es niemandem sagen. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Es ist klug, Angst zu haben. Leute sind schlimmer, nicht alle, vertrauen nichts und niemanden. Wünscht mir uns auch. Nicht alle ist wie diese Leute. Ich habe andere kennengelernt. Leute, die nicht töten, wenn sie sie haben. Ich wünsche, dass sie hier waren. Ich weiß nicht. Wünscht mir uns auch. Ich sage das über die Leute, aber die Leute, die Familie, sie sind die einzige Reise zu leben. Was ist, wenn du nicht das überhaupt nicht hast? Ich habe sie hinterlassen. Ich habe sie hinterlassen. Sag ihnen nichts, ich bringe uns hier raus, das sind sadistische Arschlöcher. Take care of this. Come on. Zachary? I just have a few questions. Hm. Hm, weiß nicht. Bei manchen Entscheidungen, die muss man so schnell treffen, überlegt man sich dann immer so ein paar Sekunden oder eine Sekunde danach schon wieder so, hätte ich vielleicht doch eher das andere genommen. Aber vielleicht, äh, weiß ich nicht. Vielleicht schafft es mich schon, ja auch. Not everyone here lives in Squalor. Jonas and Zachary had the nicest room on the ship. The good doctor deserves it. Gosh, he just works so hard. What is it you do, Zachary? Huh? Besides fuck Jonas. Okay, fine. Let's just, you do nothing. You do nothing. You do nothing. You whine, because you don't have the balls to do things that they do around here. Can we just get this over with? What? You feeling sorry for this wasted space? Well, whatever you're gonna do, Randall. No, I'm not gonna do shit. Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Here. Go on. Get them talking. Ja, toller Plan, ey. Der Randall. Was ist er denn für einer? Echt. Where, where are the rest of the supplies? The bags with the ammo. Hey, you shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun. I don't know, Zachary. Maybe she knows better than you. I don't know, Zachary. Maybe she knows better than you. Please. No one has to get her here. I'm just trying to help you. Okay. Then talk. I don't think she's taking you very seriously. Come on. Lass uns darüber reden. Ich weiß, dass wirken. Zeig mit dem Ding gefälligst woanders hin. Just take a deep breath. Okay? Talk to us. I'll stay calm. If you do. Hey! Who's in charge here? You or her? Huh? You want answers? Talk to me! Lass Sam in Ruhe. Sag, Ryan, dass er gehen soll. Du musst das nicht tun. Okay? We don't have to be enemies. You don't have to do this. I know. Last chance, Zachary. Fucking do something! Stop! Dammit, Zachary. Now who's taking things too far? What? I did? Outside. Ja, komm. Du bist doch schuld, du Affe. Ey. Machst hier den Leuten Angst? Drückst du eine Pistole in die Hand? Am Ende sind sie auch noch schuld, oder was? Sam. I can't! We have to get out of these! We have to help them! Sam. Hang on, Greg. So, schnell uns befreien, wenn es denn überhaupt noch Hoffnung gibt. Oh, das ist schlimm für sie. Wir helfen, wo wir können. Come on, Greg. Come on, don't do this. Please, don't do this. Think of Alex. You're his hero. What will he do without you? Not if... Not if I could get hero. No, you are. You are, Greg. Please, hang on. Okay. He's gone. Auch die Arme. Es tut mir leid, es wird nicht lange dauern. Wir verwandeln uns alle. Das ist nicht länger, Greg. Das ging ja wieder schnell. So, was haben wir denn da? Lockeres Rohr oder eher den Schraubenzieher, würde ich sagen. Warum geht das immer so schnell? Oh, schrecklich. Echt brutal. Bevor noch mehr Verletzte kommen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee. Ja, das... Wir waren dabei. Wir sollten uns anhören, was es sagen hat. Das war kein Unfall. Nimm die Waffe runter. Sam, put the gun down. Why? He's a murderer! Calm down, Sam. Please. You're not leaving this room, you son of a bitch. Halte sie auf. Lass Sam ihn umbringen. This bastard killed my brother. Nee, jetzt ist gut mit Waffengewalt hier. Das hilft niemandem. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Nächstes Mal bei The Walking Dead, Mishon. I've seen it in your eyes. You're a killer. That's what you do. You don't know what I can do. Oha. Das war also das Ende von Episode 1. Verwickelt und verstrickt. Jetzt sehen wir wieder unsere Entscheidungen, die wir getroffen wurden. Oder ich in diesem Falle, die ihr miterlebt habt. Hast du versucht, es zu beenden? Du und 67,5% der Spieler nahmen die Waffe herunter. Ja, weil vielleicht, oder ich nehme sogar mal an, hätte man gesagt, okay, sie soll sich selber töten. Dann wäre wahrscheinlich trotzdem Randall gekommen. Er nicht, nee, ist es Randall? Jetzt komme ich ganz durcheinander. Quatsch, der Randall ist ja der Böse. Der andere, natürlich. Der andere, unser Freund, dessen Name ich gerade nicht weiß. Ihr wisst schon, wen ich meine. Und der wäre bestimmt trotzdem gekommen und hätte gesagt, Mishon, komm, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Fand ich ziemlich schön, dass er da in dem Moment da war, wie das Leben eben so spielt. Wie bist du auf die verlassene Fähre gekommen? 71,3% der Spieler stiegen die Leiter hoch. Ja, ich fand einfach, das war der beste Weg, die Leiter nach oben zu nehmen. Wenn man sich das Fenster halt auch angeschaut hatte, dann wurde da auch gesagt, dass es da sehr beengt ist und so mäßig, als wäre es keine so gute Idee indirekt. Und ich glaube, da haben ganz viele in dem Moment gedacht, okay, wenn hier schon gesagt wird, da besser nicht hin, dann lieber halt die Leiter, die wahrscheinlich auch kaputt ist, aber man schafft es wahrscheinlich. Hast du Randall im Lagerhaus aufgelauert? Du und 57% der Spieler verpassten Randall einen Kopfstoß. Das war so, man hat es halt gemacht, um zu zeigen, hey, ich habe auch Koronnes, ich lasse jetzt nicht alles mit mir machen, außerdem habt ihr unsere Leute und nehmt uns einfach und macht hier einen auf dicke Hose und wir haben hier das Sagen und da zeigt man halt einfach so ein bisschen auch seinen Stolz, aber muss wahrscheinlich, wie ich schon sagte, einstecken müssen und das muss man sich halt auch überlegen, will man jetzt nochmal irgendwie eine Box in den Bauch kriegen oder einen in die Fresse, sage ich jetzt mal blöd salopp. Das muss man sich überlegen. Hast du Greg an Norma verraten? Du und 57% der Spieler teilten die Schuld mit Greg. Ja, also, weiß ich nicht. Ich bin ja so ein Mensch, der dann lieber ehrlich ist und auf dem Weg versuch ist und wenn ich dann merke, das bringt mit solchen Leuten nichts, hier wird jetzt eine Knarre rausgeholt und noch Schlimmeres passiert und der pisst sich da in die Hosen und man kriegt schon einen aufs Maul, wie weit soll es getrieben werden? Also, die werden ja nur immer zorniger, weil eigentlich wollen sie ja das hören, was sie hören wollen und wenn es sie eh nicht interessiert, was die Wahrheit ist, gut, dann kann man auch irgendeinen Kram erzählen, Hauptsache man kommt da am Ende irgendwie gut raus. Hast du Sam Sahari erschießen lassen? Du und 82,8% der Spieler haben Saharis Leben verschont. Ja, ich finde halt, hätte man, was man ja bei The Walking Dead auch gerne kennt, Situationen, bei denen man gar nicht weiß, ist jemand schuldig oder unschuldig, bei denen man reingeschickt wird und Entscheidungen treffen muss und dann hinterher denkt man, schwierig, schwierig, weil wenn man sich dann selber in diese Situation reinversetzen würde, sich dann denkt, tja, weiß ich nicht, diese ganze Nächstenliebe und das alles geht in so einer Welt, ja dann auch irgendwann verloren und wenn alle hart mit einem umgehen, dann schützt man sich selber ja auch irgendwann nicht mehr, indem man immer Nächstenliebe zeigt. In dem Fall war es aber einfach, dass man ja mitbekommen hat, dass er völlig dazu gezwungen wurde, total Angst hatte, das eigentlich gar nicht machen will, der total gezittert und Angst und das war dann einfach, wie in so einer Notwehrsituation, hat er dann abgedrückt, abgedrückt, also einfach, weil dann die Psyche vielleicht blank liegt und dann passiert das und dann kriegt er auch noch die Schuld von dem Randall, der ja wohl total aggressiv ist. Das macht das natürlich nicht besser. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Hat man einen Fehler gemacht oder nicht? Ich glaube aber, dass der sich das ganz genau gemerkt hat, dass wir eigentlich hier mit dem kooperieren wollen und Freunde sein können und dass es auch andere Menschen gibt und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Das sehen wir dann in der nächsten Episode, Episode 2 von The Walking Dead Michonne und ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr so für Entscheidungen getroffen hättet oder warum ihr diese Entscheidung getroffen hättet. Man sieht ja auch hier an der Statistik, dass ihr euch da ein Thema aussuchen könntet oder auf alles eingehen wollt. Das ist euch überlassen, aber ich freue mich sehr darüber zu sprechen und eure Meinung dazu zu hören und freue mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Aber das wisst ihr ja und deswegen verabschiede ich mich und wir hören uns dann im nächsten Part. Bis dann!